FIS Skisprung Weltcup, der Damen präsentiert von FISMAN 2015 in Oberstdorf, die FIS Skisprung Weltcup Ladies, presented by FISMAN 2015 in Oberstdorf. Herzlich willkommen unsere erfolgreichen Skispringerinnen, please welcome our successful athletes! Auf dem dritten Platz, on the third place, representing Canada, für Canada, Taylor Henrich! Auf dem dritten Platz, on the second place, representing Germany, für Deutschland, Carina Vogt! Erste und Gewinnerin des FIS Skisprung Weltcup der Damen in Oberstdorf 2015, First and Win of the FIS Skisprung Weltcup Oberstdorf 2015, Representing Austria, für Österreich, Daniela I. Oschko Stolz! Meine Damen und Herren, die Siegerung wird vorgenommen durch Herrn Fritz Serwin, zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Oberstdorf, Herr Manfred Baldauf, Präsident des Bayerischen Skiverbandes und Dr. Peter Greuer, erster Vorsitzender des Skiklubs Oberstdorf. Preis-Giving-Zeremonie ist held by Mr. Fritz Serwin, second mayor of Oberstdorf, Manfred Baldauf, Präsident of the Bavarian Ski Federation und Dr. Peter Greuer, Präsident of the Ski Club Oberstdorf. Untertitelung des ZDF und BSV Haliumaja Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, zu Ehren der Siegerin Daniela Iraschko-Stolz, hören Sie nun die Nationalhymne von Österreich. In honor to the winner, now the National Anthem of Austria. Die Nationalhymne von Österreich Die Nationalhymne von Österreich Die drei Besten des heutigen Tages. Obos noch, können wir noch mal die Hände alle zusammen nehmen, so muss ich auch geht's! Die Nationalhymne von Österreich Die Nationalhymne von Österreich